In so einer Situation empfehlen wir die Verwendung von unserem Yordal Windpost. Der Yordal Windpost wird befestigt an der oberen Stallbetondecke und an der unteren Stallbetondecke und überspannt so genau diesen Bereich. In unserem Windpost haben wir Langlöcher. In diese Langlöcher fädeln wir unser JMA-Maueranschlussanker ein. Die können dann wiederum in die Vormauerschale eingelegt werden und damit Fuge und Maueranschlussanker genau auf einer Höhe sind, kann man das hier mit dem Langloch genau einstellen. Und je nachdem wie groß der Bereich ist, den unser Windpost überspannen muss, haben wir vordimensionierte Profile. Untertitelung des ZDF, 2020